Hey Leute und herzlich kommt zur zweiten Folge von Minecraft-Wahlhalla auf meinem Kanal. Heute dabei mal wieder mein King HD, äh, ja wahrscheinlich HD. Ja, ich wollte MC sagen. Ja, okay, hallo Leute. Ja, äh, wir sind immer noch in derselben Lobby. Manu und Neil sind schon auf dem, nee, warte mal, gar nicht Manu, Manu und Marcel. Ja, ja. Nee. Nee, das ist doch Marcel. Das ist Marcel. Ich weiß, ja doch, das ist Marcel. Ja, ja, das ist Marcel. Das heißt, wir kriegen es jetzt doch noch nicht mit. Ja, wir haben ja sowieso nicht beschworen. Wenn die online kommt. Ja. Oh Gott, Leute, schaut auf jeden Fall die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Ich hab den Linkschacht auch gefunden, ne? Oh, lol. Oh, lol. Nice. Ja, den looten wir, oder? Ja, ja, hier ist Gold. Oh nein, Höhlenstinn. Stinn. Oh, oh. Oh mein Gott. Alter, sieht da viel. Der ist wahrscheinlich ein Spawner. Oh Gott. Ja, ich war einfach bei mir. Hi. Kann man dir helfen? Äh, ja, jetzt nicht mehr. Ja, ja, hier ist das Corner. Ich bau den direkt weg. Ja, bau den direkt weg. Wir können die Level geworfen. Oder du. Ja. Ja, Leute. Ich bau mir das Gold ab. Oh Gott. Okay, hier ist wieder Eisen. Wollen wir noch so viel Eisen mitnehmen? Ja, ja, klar. Eisen ist immer praktisch. Ja, gut, das stimmt. Hast du gesehen, hast, was du alles noch machen kannst? Ja, okay. Sowieso. Man kann so viel machen mit diesem Mods. Sinds noch was? Ne, hier sitzen nur Spinnen an der Decke. Okay. Oh, ich bin nicht. Brand, bruh. Okay, ich hoffe, dass wir ein paar Dias hier finden. Das wäre echt nice. Ich habe eine Logo gefunden. Perfekt. So, die hat mir nichts gemacht. Ähm. Also. Okay, fackeln. Ja, toll. Oh, Väterfall 2 Buch. Oh, das ist wichtig. Du musst gleich nochmal mir eine neue Eisenspitze machen, meine ist fast kaputt. Ja, ja. Hast du noch Eisen? Äh, ja, eins. Und das andere ist umgeschmolzen. Oh, okay. Wo bist du? Äh, keine Ahnung, ich habe mich verlaufen. Durch Wasser durch? Äh, ja, ich glaube. Warte mal, ich komme mal zurück. Eben, safe nicht. Das ist gerade Sackers. Ja, okay. Da ist nochmal mein Car. Eben, gerade bei der. Ja, ja, hier. Das ist gleich sehr lahm. Ja, an dir. Nice. Yes. Äh, nimmst du den wieder, dann, äh, dann, äh, ja. Der hat ja gut funktioniert, als ich in die Lava gebracht bin. Stimmt. Ja, aber du hast schon die, nimm du die jetzt einfach alle. Scheiß drauf. Oh, ich dachte gerade, weil die hatte ich ja, die hatte ich ja schon, bevor ich gestorben bin. Wenn ich die jetzt nicht mitgenommen hätte, so irgendwie. Oh Gott. Ey, ich will die Kohlen nicht mehr. Ich habe ja keine Kohle. Drei Stacks. Ich habe zweieinhalb Stacks. Ja, okay, das reicht. Für die Melonen, gerne, Alter. Ja, für Direktheilung. Okay, was ist hier? Mein Inventar, oh. Alter, wie das schon ein Scheißzombie. Du sagst, das schlimmste Horrorspiel, das es gibt, Alter. Okay. Wie darf ich dich eigentlich nennen? Nein, mal irgendwie einen Spitznamen. Boah, Digga, also, äh, äh, Dings, Daydreamer, nennt mich immer Jan. Aber die anderen sagen mir auch mein King, oder so. Und, ja. Also, mir ist eigentlich egal, wie du mich nennst. Oh, oh. Oh Gott, dann würde ich mich auf Jan einigen. Okay, und wie soll ich dich nennen? Da kannst du ja aussuchen. Also, Manu nennt mich zum Beispiel Red, oder, ähm, auch gern mit einem normalen Namen. Ja, ja, Red. Du bist Red. Es ist halt schon kurz. Red Baron, du bist Red Baron, Alter. Gehst du Red Baron? Nee. Okay, geil. Kacke, hier unten ist... Oh, meine Spitzbank ist kaputt gegangen. Ja, schon wieder? Was machst du denn mit deinen Spitz... Immer noch, immer noch, immer noch. Also, ja, das war noch die andere. Oh, ich seh... Ah, LUL! Ich seh einfach nichts, ist aber schwarz, als ich die Fackel aus der Hand nehme. Ja, wir sind in der Höhle. Weiß ich auch. Das ist, äh, normal. Alles dunkel ist. Hätte nicht, dass es gleich alles schwarz sein muss. Dumm, da. Das ist die Tasse, die ich drücken wollte. Ich muss kurz nochmal braten. Oh, hier ist noch... Alter, wie viel Eisen ist denn hier in dieser Höhle? Oder in diesem Minenschacht... Grundhöhle. Ja, allein... Ich hab jetzt schon wieder ein Stack umgebratenes Eisen. Was ist denn da logisch? Ja, ich... Ich mach danach irgendwie Eisenblöcke oder so. Na, Eisenblöcke lohnt sich bei mir nicht, sondern ich mach's von mir. Nehmen die jetzt eigentlich ohne Marcel auf? Nein, Marcel ist schon drauf. Niel ist noch nicht drauf. Ach so, Niel. Also, ja, okay. Ja, nehmen die ohne Niel auf? Oder, also... Es könnte sein, ich glaub... Er kommt einfach noch... Ich glaub, Manu wird nie ohne Niel aufnehmen, weil... Ja, eben. Das denke ich mir auch, ja. Wir hören ja zusammen. Ja, Manu hat ja vorhin mir geschrieben, dass sie gleich aufnehmen. Ja, ja, aber vielleicht nehmen sie ja jetzt auf. Komplett dumm. Ihr habt vorhin noch nicht aufgenommen. Nehmt ihr vielleicht jetzt auf? Ja. Ach so, wenn's aufhört zu regnen. Alter, haben die noch Sonderwünsche? Naja. Ja, stimmt. Aber das kenn ich echt. High-End-PCs. Für uns unser Trader ist das halt... Entspannt. Ist so. Hey, ich bin so gespannt, wie sich das Ganze entwickelt wird. Oh mein Gott, Creeper. Oh. Ich bin so gespannt, wie sich das Ganze entwickelt wird hier auf dem Server. Ich auch. Ob sich das zu Krieg oder zu Freundschaften entwickelt. Oh mein Gott, ich hab ne... Ich hab ne Platte. Oh mein Gott. Was? Das gibt's ja nicht. Ich hab ne... Ich hab ne Schallplatte. Das ist der weltvollste Gegenstand. Super. Spooky Geräusche, Alter. Äh, Geräusche, Alter. Ja, ja, das... Könnte sein, dass ein Rachen in der Nähe ist. Alter, ich hab... Die C, Pia, A6, A18. Oder? Ja. Ey, wir müssen diese Platten unbedingt beschützen. Weil, kennst du das Dream SMP? Naja. Ja, okay, geil. Auf jeden Fall, das ist ziemlich etwas ähnliches, wie wir hier haben. Und das... Dort waren halt alle so geil auf diese Platten. Die haben so darum gekämpft. Und die, die die hatten, die hatten einfach den meisten Respekt auf dem Server. Gut, bei uns wird es halt mehr mit Drachen-Zeugs dann sein. Aber, weil die... Diese Sachen sind ja echt gut von den Drachen. Aber trotzdem... Hauptsache, wir haben einfach eine Schallplatte gefunden. entfinden und sie besiegen. Was? Dazu muss man auch erst mal entfinden und besiegen. Ich hab auch irgendwie einen Haufen Kohleblöcke mit mir. Ja, ja, das Ding ist... Äh, die Drachen... Ja, das passt. ... sind halt übelstark. Das ist so dieses Eisen, was nicht von der Mod ist. Das ist einfach ein normaler Minecraft-Style. Ja, ja, ist wirklich so. Aber Silber ist übrigens auch so. Das ist wieder auch so. Ah, hier ist der Alunzer. Hast du so ein kleiner Stuff? Juli, ich hab mich gerade durch den Gang gegraben, bin in einem anderen Gang rausgekommen und da ist einfach Eisen direkt wieder an der Wand. Das ist ja zu viel, oder? Ja, ja, ich hab hier noch mal Eisen aufgefüllt. Einfach ein Stack. Ja, ich weiß nicht, ein bisschen zu viel. Mach mal mehr, mehr Öfen hier. So. Zack. Ich hab hier ein paar Öfen gemacht. Boah, ich weiß gar nicht, was ich hier lassen soll. Weil irgendwie... Oh, hier wird das Needle safe nicht. Chill jetzt hier, alle. Ich mach... Ich weiß nicht, was bringt uns die Bad Wings, Alter. Was bringt uns das? Bad... Bad Wing, Bad... Hauptsache, es gibt was? Es gibt Cake? Utter? Was ist das? Okay. Ich glaube, die Bad Wings bringen mir nix. Heile, ja... Ich muss... Was ist das für ein Geräusch? Und wieder. Gerade hab ich nichts gehört. Okay. Alles klar, Digger. Brauchen wir Knochen? Ja, doch. Vielleicht für den Hund dann später. Das könnte, glaube ich, ganz praktisch werden. Wie viele Öfen jetzt hier sind und brennen. Guck mal. Oh mein Gott, du bist ja komplett ausgerastet. Was? Das geht aber zwölfmal schneller, hast du irgendwo... Ja, ja, das stimmt schon. Hast du irgendwo Kupfer? Nehm jetzt hier einfach... Mach hier Kupfer rein. Was? Ich hab 38. Ich mach mir jetzt erstmal nen... Weiß ich nicht, was könnte ich mir noch machen? Ich tue erstmal mein Müll hier unten in das Müllloch werfen. Ja, ich hab alles mein Müll in die Chester gepackt. Spinnenauge behalte ich mal, vertränke vielleicht. Oh mein Gott, den Creeper. Achtung, Creeper. Oh Gott. Alter, so wie gestern ich in unserem Leben. Ja, ja. Ich hab auch wieder in Regulationszeit von der Statue und hab mich einfach nicht umgedreht, bin nicht aus meinem Momentar rausgegangen, hab nicht mein Schild gezogen, hab einfach nichts gemacht. Ja, ich hab auch mein Schild so... Welche Schwierigkeit spielen wir eigentlich? Normal, glaube ich einfach. Alter, das ist noch mehr Eisen. Das ist ja krank. Ich mach jetzt auch gleich Eisen. Aber apropos, du hast ja vorhin Waro gesagt. Eigentlich wäre auch geil, dann vielleicht nach dem Projekt gehen wir mal zu einem Waro-Projekt. Ich würde auf jeden Fall von mir aus gehostet ein PvP-Projekt kommen. Aber auf dem Server dann nicht. Ja, ja. Aber dann musst du ein Plugin machen, dass alle gleich... Also, wisst ihr das? Also, dass alle pro Tag irgendwie nur so 15 Minuten aufnehmen können halt. Ja, ja. Weil sonst wären die Abstände dann auch zu krass, wahrscheinlich. Das geht dann auf den Dingens mit. Also, das kam jetzt zu ja einstellen, glaube ich, dass jeder Spieler nur so und so lang spielen kann. Oh, nee. Da ist glaube ich nochmal ein Spawner. Und dadurch, dass der halt nicht von dem PC hier... Also, ich mach das bei derselben Firma, bei der ich auch meinen anderen Server gemütet habe. Der hat null geleckt. Ähm, es sei denn, ich hab die ganze Welt mit TNT ersetzt, aber... Ja, gut. Ähm, dann ist halt die Sache da... Ist logisch. Aber... Ja, ja. Ich hab übrigens hier nochmal einen Spawner gefunden. Ich baue den jetzt hier direkt ab. Wah, ich hab Redstone, aber brauchen wir Redstone, Alter? Ich hab jetzt sieben Eisenblöcke und könnte noch mehr machen. Du hast sieben Eisen? Blöcke. Achso, Blöcke. Ich könnte das auch abholen. 20 Eisenblöcke. Ja, also ich würde halt sagen, wir gehen jetzt wieder runter, oder? Weil hier oben bringt es uns ja nichts mehr. Weil was bringt uns eine Tonne Eisen? Wir brauchen jetzt die Asphalt, wenn wir ein bisschen Provers machen wollen. Ich würde mal eingehen, glaube ich sogar. Ja, ja, okay, dann gehen wir runter. Ich nehm hier mal noch ein paar Hülfen mit, die leer sind. Und hier rein. Holzspitzfacke, eine Steinangst, weg damit. Ledermaus, weg damit. Erde, weg. Holzheb ich auf, Stein, ach komm. Dieses Seeds, ja komm, findet dann bestimmt auch nochmal. Welche Hülfen ist noch fertig? Meine Fackel ist noch nicht ganz fertig, okay. Dann hofft er jetzt auf. Und hier ist auch noch, nee, hier ist noch was. Ja, ich glaube, von der Kiste brauchen wir nichts mehr, oder? Der lasse ich stehen. Hast du noch Essen? Ich habe gerade nur noch verrautetes Fleisch. Oh. Wobei, hä? Ich glaube schon. Hast du Wolle? Ja, aber wir können uns ja Fäden holen von den ganzen Dings. Aber uns ist ein sehr kurzer Nachteil für die. Wir sind in der Hülle, in der Hülle hier unten, da interessiert uns das ja nicht. Ja, stimmt, ja. Aber ich glaube, auf dem Server kann man noch gar nicht schlafen. Auch wenn alle... Ah, okay. Wenn alle schlafen wird die Nacht übersprungen. Okay, dann gräbst du irgendwo runter? Äh, ja, warte, ich gehe hinten noch mal lang. Ja, hinten war nichts noch mehr. Level. Ich brauche hier mal runter. Dann wollen wir auf Ebene... Welche Ebene beforxt du? Beforxt du? Alter, beforst du beim... Elf. Elf, ja, ich auch. Elf, aber ich sage mal, die beste Ebene. Ja, viele sagen zwölf, dreizehn, manche auch auf neun. Hier ist nochmal mein Chef. Oder mir wieder gleich hier. Hast du dich im Kreis gegraben? Nee, nee, Ebene 20 hier. Uh, die könnte man... Der könnte aber nice sein. Für Dias. Die können doch unter Ebene 20 können doch Dias spawnen, oder nicht? Ab Ebene 30, glaub ich, sogar schon. Ja, okay, ja, nice. Ja, ich hab... Ach, nee, das Silver. Alter. Das Ding ist, dass sie da einfach fast... Oh, ich hab ein Manuskript gefunden. Ah, da ist Manus ein Text drin, Alter. Ich hab angerufen. Was ist ein Manuskript? Was kann man mit ihm machen? Kann man ein Manuskript bebrauchen? Okay, Leute. Also ich bin hier gerade ein bisschen in meinen hier. Irgendwie. Wenn ich aber hier nur die Silver Ore... Würde gerne ein bisschen Dias finden. Das wäre echt geil. Weil wir sollten wirklich ein bisschen Progress machen, wenn... Wir sind jetzt... Also bei mir sind wir jetzt Folge 6. Oh, das Gold, oder? Ja, das Gold. Nice. Okay. Ne, das Ding ist halt... Wenn wir Drachen besiegen wollen, brauchen wir wirklich gute Rüstung, weil die sind echt stark. Und ich weiß gerade nicht, was Brad macht. Er ist, glaub ich... Also er ist irgendwie... Irgendwie am Anrufen. Alter, er wurde angerufen. Alter, es ist noch mehr Gold. Alter. Also auch gar nicht, wie Dias aussieht. Das ist so leicht zu übersehen. Die Sonne nicht. Die ist noch ein Lapis. Das nehme ich aber, glaub ich, auch mit. Boah, wie viel habe ich? Ja, nee, ich habe fast überall Steck. Ist noch mehr? Okay, was ist denn hier noch? Alter, wie viel Gold ist denn hier? Ah, wieder so klassisch. Wenn man einmal aufnimmt, das hat zwölf angerufen, wird hier. Ja, ja, fühle ich. Jetzt ist ein Kriegbar. Ey, ich habe schon drei Namensschilder gefunden. Ah, der Kriegbar ist gestorben. Und ich habe übrigens ziemlich viel Gold gefunden. Ich weiß nicht, ob du mich gehört hast. Ich habe ein bisschen gelabert. Redstone. Hier warst du auf jeden Fall. Hier liegt nämlich eine Fackel. Ja, kann gut sein. Hier hinten ist aber nichts mehr schade. Ich habe gehört, dass du mit deinen Zuschauern getalkt hast. Ja, ja, man muss ja auch ein bisschen was sagen, Alter. Da kannst du nicht einfach... Ja, ich habe es einfach nur ich gelabert. Ja, ich sage wirklich so, Alter. Ja. Musst du ein bisschen den Moderator haben, Alter. Die Sache ist auch, ne? Die Kohleärzte sehen unterschiedlich aus, ne? Echt? Ja, wenn du genau hinguckst, siehst du, das meint die Kohleärzte... Das ist nicht vom Lichtlevel einfach. Ne, 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 ne. Ne, ich meine jetzt nicht vom Licht aus anders, sondern von der Größe von dem Ding, was halt drauf ist. Oh, ja, ja. Das ist aber, ich weiß nicht, ist das bei dir auch so, dass die Ärzte so wie übergreifend sind, sozusagen? Auf anderen Steinen, weißt du, was ich meine? Das kommt drauf an. Also, Lule, was ist das denn hier? Hier ist einfach ein riesiges Erdefeld. Ich habe Lava gefunden, das ist ja perfekt hier für Dias. Dias! Dias! Nice! Oh mein Gott! Und die sieht man, übersieht man nicht, die sind super auffällig. Echt? Sind die auffällig? Apis! Das war ein Drachen, oder? Hast du das auch gehört? Oder war das nur bei mir? Kommst du da zu mir in die Richtung? Hier ist gut. Okay, ja, ich esse noch kurz meinen Rock'n'Flash. Und dann kommt mich fast gleich an. Ne, ich habe alles schon gefressen, Alter. Ich hatte so Hunger. In Riegladis, wo bist du denn? Ich habe mich irgendwie verlaufen schon wieder. Ich bin weiter in dieselbe Richtung gelaufen, weiter nach außen Auge. Aber ich bin in Minenschacht geblieben. Oh mein Gott, du f... Folg mein Weg, Alter. Ach, ich habe mich nicht gehört, du bist links von mir. Oh mein Gott. Hä, der Grimmabin null schreit? Ach so, ich bin im Wasser gewesen. Also, du bist relativ nah bei mir. Du musst mein Name sehen, Alter. Ja, ja, ich habe hier auch... Was ist das denn? Willst du da Lava? Ja. Dann bleib mal bei der Lava. Ich komme gleich raus. Ich bin hier hinten im Gang. Okay, fahren wir gerade drüber. Ja, ich habe hier vorne... Also, so ein riesiger Erdraum gefunden. Irgendwie. So richtig komisch. Ja, ja, dieses Erdeding habe ich auch schon gesehen. Okay. Also, schon wieder ein Manus. Oh, ich habe einen goldenen Ampel. Oh, geil. Aber was sollen wir mit diesem Manuscript machen? Weiß ich nicht. Aufheben und Manuschenken? Ja, wie? Man hätte eigentlich so dort oben zu den Häusern eine Kiste entstellen müssen. Eine Doppelkiste, wo man so mit Erde... Halt ich schon wieder. ...mit irgendein Item reinlegt, das man umbenennt wird. Ein Ambers, lol. Oh, ja. Oder er hätte mit so Erdeblöcken ein Lol reinschreiben müssen. Ja. Äh, machen wir mal. Wir können auch so ein riesiger Schriftzug irgendwo machen. Ja. Oh, nee. Alter, ich hasse hier das Skelette. Das glaubst du gar nicht. Ich bin auf Höhe 7. Oh, what? Ah, nee. Nein, nicht schon wieder. Oh mein Gott, ich bin fast gestorben. Alter, Mann. Wieso sind die so... ...nervig, ne? Warum, die kommen so aus dem Nichts? Die sind einfach nicht da, ne? Du bist ja auch tot. Oh, das war jetzt unnötig. Du weißt einfach von... ...nicht von wo. Nie. Ja, sie sind einfach plötzlich da und dann bist du schon... Oh, und dann hörst du... Brrrr. Ich hab Dias. Ja, ich hab Dias. Ich hab Dias. Zeig mal, zeig mal her. Zeig mal her. Das wär's, wie dir die erste aussehen. Warte mal, das ist Laber, ne? Oh ja, Gott. Äh, ja, warte mal. Ich kann... Oh, das ist ein Badwin. Äh, ich bau die direkt ab, oder? Ja, sieh, ja. Was soll ich sonst machen? Ich lass die erst mal schön stehen und verliere sie wieder. Wo bist denn du? Okay, ich hab jetzt sieben Dias. Ich bin, äh, hier auf Ebene, äh, elf auch. Ja, seht ihr? Wieder mal. Ähm, ich bin irgendwo hingerannt. Wo bist du hingelaufen? Ich bin echt von der Erde weg. Aua. Äh, ich bin beim Erdeblock Richtung... Och Gott. Einfach geradeaus irgendwo. Warte mal, ich komm gleich mal zurück. Ja, klar, das ist echt eine Beschreibung, ne? Ja, ja, ich weiß. Sollte so Touristenführer werden. Okay, warte mal. Oh, hier ist noch Gold. Ich bin nochmal an einem Stück von der Minenschacht, wo du nicht warst. Ja, ja, das kann gut sein. Dieser Minenschacht ist wahrscheinlich riesig. Und ich will auch nicht sagen, wir sind also auch bei 20 Minuten. Wir sollten dann auch bei... Glaub ich. Das könnte eine Schlucht sein. Oh, ich hab auch noch Gold gefunden. Ich hab nicht mehr Blöcke unten im Inventar. Ein Inventar ist voll. Äh. Hab ich die Bergmark stehen gelassen? Oder seh ich sie gerade noch nicht? Ich hab sie stehen gelassen. Als ob. Also die Öfen hätte ich sonst ziemlich viele dabei. Och man, das ist schon wieder Silver. Aber ich weiß nicht... Ich weiß nicht, ich mach das Sinn, Silver mitzunehmen. Weil ich weiß nicht, ob das gut ist oder... Ob das überhaupt was bringt, oder? Mitnehmen, ja. Damit kann man bestimmt irgendwas craften. Ja, man kann halt Rüstung machen, aber die ist nicht besser als die Eisenrüstung. Ja und? Ja, keine Ahnung. Alter, ich hab schon vier Namensschilder. Willst du mich verarschen? Und mittlerweile auch schon sechs Manuscripts. Was kann man mit denen denn machen eigentlich? Ja, das ist eine Schlucht. Okay, nice. Ah, jetzt hat der Boatermengema funktioniert, schön. Ja, da sind wir kritisch auf Arterno-Serven, weil die dann so lecken. Da ist Redstone gewesen. Din, din, din. Ich weiß jetzt... Gut. Zombie, Gold, ganze Redstone. Alter, das ist mir so geil nochmal. Also, die Ablöcke sind im Prinzip so aus. Sie sehen wie Steine aus, mit so blauen, hellblauen Punkten halt. Ach, so hellblau, okay. Ja, ja. Also, man erkennt sie schon ziemlich gut, aber sie sind schon einfacher zu übersehen als andere Steine, sag ich mal. Aber wenn du da ein bisschen die Augen offen hältst... Oh, mein Schussack ist kaputt gegangen. Mach ich den nächsten Werkfang. Och ne, jetzt kann ich mich hier ein Spinnendings verfangen, Alter. Ja, links hast du schon wieder ein Creeper. Bruder. Bruder, warum nicht? Ja, denk ich mir halt auch. Da nochmal ein Creeper, Alter, ich wurde gesandwiched. Ey. Hast du es gehört, der Creeper? Ja, ja, links an mir. Ich bin rechts an dir in der Schlucht. Ach, da war ich schon, lol. In der Schlucht. Ne, ne, aber also... Da, wo ich gerade war, halt. Oh mein Gott, das ist nochmal ein Creeper. Fein die Schlucht ist auf der perfekten Höhe, ne? Echt? Die ist auch für 10. Oh mein Gott, hier ist die so viel Gold. Höhe 11 eigentlich, also ich bin halt nur noch unter den Zongi. Ey, aber ich sollte nicht dann... Alter, ich... Ich ernähre mich halt nur vom verrottenen Fleisch. Ne, ich hab noch Fleisch und Fisch. Aber... Ja, das ist optimal hier für Dias eigentlich von der Höhe her. Oh mein Gott, sind diese Zombies am Spool Iron, was ist mit dem? Welches Level bist du? Ich bin Level 16. Nein, ich bin schon wieder ein Creeper, Alter, das ist so ein Scherz. Ich bin da wieder heutzend. Ja, du brauchst doch gefühlt alles ab. Also hier die Kohle und so. Ich baue Whatsdown ab. Sag mal es aber nicht einen. Stimmt, Redstone wäre aber auch schlau. Weil es so ein GP-Level. Ja. Alter, ich laufe die ganze Zeit im Kreis, was ist denn los? Kohle sammle ich mittlerweile auch nicht mehr ein. Ich hab irgendwie so 29 Blöcke. Hier alles, glaube ich. Es reicht erstmal ein Weilchen. Yo, hier ist so viel Lava. Es sieht so optimal für Dias aus, aber wir sind ja mal keine Dias. Ich meine, warum soll noch hier Dias sein? Ich meine, ich bin ja... Ich hab meine aber auch bei Lava gefunden. Also ich glaube, Lava ist sowieso immer ein gutes Zeichen. Ja, auf allem wenn man reinkracht. Das habe ich in Folge 1 geschafft. Stimmt. Ich laufe unbedingt vorbei. Ey, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Was ist denn mit mir? Was ist denn hin? Komm, was ist kaputt. Ja, ich mach die Folge wahrscheinlich zu 30 Minuten. Cutte die dann runter. Oh. Äh, ja. Nach der Folge mach ich auch für heute erstmal Schluss. Können morgen nochmal aufnehmen. Ja, ich auch. Weil ich muss noch schneiden. Was ist jetzt für Zeit? Wer hat das sonst jetzt in den Erdraum wieder gefunden? Oh mein Gott, mit zwei Creepern. Oh mein Gott, der eine hat damit den anderen umgebracht. Lol. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Graten wir erstmal alles, was wir haben. Oh mein Gott. Schon wieder eineinhalb Herzen. Ist doch ein Witz. Oh, ich hab meine Diaplegs, meine Eisenplegs oder so sein Gedronter. Mann, ich muss jetzt hier durch. Ey, ich kann halt noch einen Schlag oder einen Schuss von irgendetwas einstecken und dann bin ich tot. Oh, das ist schon wieder nur Larpis. Ja, das ist wieder Larpis. Das geht jetzt einfach auf Ebene 11 und stripmine ein bisschen. Beziehungsweise. Digga, wir werden uns nie wiedersehen. Also wirklich so. Ah, doch, wenn wir beide verreckt sind. Aber, ja, okay, dann sehen wir unseren Spawn. Ich verbrann. Lul? Nein, du hast auch Dias, ne? Ich hab, ja, ich bin außerdem gerade in Lava gelaufen. Ich glaube, wir könnten jetzt dann auch, ich glaube, ich hab auch ein Buch. Ich glaube, wir könnten dann auch mal ein Dings machen. Da war's tisch. Ja, genau. Dafür braucht Obsidian. Also ich weiß ja nicht, wie viele Dias du hast, aber... Ja, ich hab sieben. Das reicht, dann kann ich mir, dann machen wir eine Dia-Spitzhacke, verzaubern dem Glück und dann können wir, ja. Den Verzauber-Spitzhacke, ne? Was? Das würde halt reichen für eine Pigge und den Verzauber- Fläche gesehen, ne? Ja, ja, das ist crazy. Ich hab ja auch einen fetten Lava-Säge gefunden. Und vielleicht haben wir auch ein bisschen Rücks. Öle gönnt. Ja, ja. Level 2 Anfang. Ey, aber guck mal, die sind jetzt Level, äh, die sind jetzt Folge 9 und haben irgendwie die ersten Dias, wir sind jetzt erst Folge, also ich bin ja Folge 6 und Folge 2 und wir haben schon Dias. Das läuft bei uns. Ich sag's halt, ne? Ähm, das Gute ist, das Verzauberungssystem ist ja schon das Neue, das heißt, wir werden die ganzen Level verzaubert. Ja. Und das heißt, ich bin ja jetzt schon fast Level 30, ne? Heißt, ob. Ja, okay, ich bin jetzt jetzt auch bald Level 20. Ich bin fast Level 22, so, das ist halt die Sache. Nice. Ja, das ist wichtig. Dann können wir sonst noch ein bisschen noch ins Nether gehen und dort ein bisschen, äh, Quarz fahren und dann, ja, passt das. Null. Okay, aber wollen wir die Folge mal beenden, weil ich bin jetzt auch gleich wieder auf 30 Minuten. Dann würde ich doch noch eine aufnehmen. Ich hab noch mal eine, also, okay. Warte, was ist jetzt viel Zeit? Okay, jetzt ist es noch ein, ja, okay. Wir werden dann wahrscheinlich gleich sogar schon aus der Hülle rausgehen. Und, ja, unser nächstes Ziel ist dann wahrscheinlich Verzaubern und Nether. Und, ja, hier warst du schon, weil hier ist alles gelöscht. Oh, hier war ich selber. Ja, hier war ich selber. Und, ja. Oh, ja, ja, ich bin da, wo wir unsere Base aufgeschlagen hatten, wo die Hüfen waren. Echt? Oh, das war gerade so gefährlich. Ich hab gerade die erste Minecraft-Frage-Gum-Sachen. Ich hab noch Erde-Blocke von dem Keeper, wo du gesagt hast. Okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, Gott. Erschreckt mich. Oh, ich sag so, ciao, ciao. Und zack, werde ich vom Skelett abgeballert. Nice. Bis zum nächsten Mal.